Vor mir sitzt der lebende Beweis dafür, dass man nicht aufgeben darf. Nach über zehn Jahren Karriere ist letztes Jahr so richtig der Knoten geplatzt. Jetzt kommt dein neues Album. Herzlich willkommen Montez, wie geht's dir? Geil, Anmoderation, vielen Dank. Ja, ey, lange, lange ist die Reise gewesen. Ich glaube, das ist auch so tatsächlich der Knackpunkt oder das, was mir auffällt an dir und diesem Punkt deiner Reise gerade. Vielleicht ganz zu Anfang eine kleine Story aus meiner Geschichte, um hier die Karten auf den Tisch direkt zu legen. September 2020, also fast vor zwei Jahren, bekam ich eine Mail, dass du bei Universal gesigned hast. Neue Musik kommt, neue Ästhetik, neue Sounds und so weiter und so fort. Und wenn solche E-Mails kommen, logischerweise bei mir stellt sich dann immer die Frage so, okay, wie sehr glaube ich an das Projekt, wie sehr möchte ich Zeit investieren und so weiter, was kann man da machen alles. Und so oft, wie man vielleicht früh dran ist bei Newcomern bei uns und dann triffst du den Jackpot, weil er zum Superstar wird, so oft liegt man auch daneben und das war so ein Fall bei mir. Ich weiß noch ganz genau, ohne irgendwie die Musik gehört zu haben, war ich in meinem Kopf und ich glaube, ich habe es auch ein, zwei Kolleginnen hier bei Apple gesagt, war ich so, ey, ich kenne den Montez schon so lange, fast seit zehn Jahren und bei aller Liebe, der Knoten ist irgendwie noch nie geplatzt. Ich glaube, das willst du auch selber so jetzt irgendwie sehen. Und ich habe gesagt, ich glaube ehrlich gesagt nicht daran. Fast genau, beziehungsweise ich glaube, es war genau auf den Tag ein Jahr später, ich habe heute nochmal nachgeguckt, September 2021, gehst du Gold in drei Ländern. Das ist ja fast märchenhaft, Alter. Das ist märchenhaft, ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige gewesen, der so damals gedacht hat, gerade nach dem Karriereverlauf von dir. Deswegen bei all den Emotionen, die du jetzt hast mit dem Album, was fertig ist und natürlich mit den Hits und so weiter und wie sich alles entwickelt hat, ist Genugtuung einer dieser Gefühle, die du vielleicht gerade verspürst, nach so vielen Jahren und so oft wahrscheinlich gehört zu haben, ey Digi, mach nur noch Songwriting, lass es und so. Auf jeden Fall, ja. Also Genugtuung verspüre ich schon sehr gegenüber natürlich verschiedenen Menschen auf meinem Weg. Ja. Weil es natürlich nicht immer einfach war und weil ich das ja wirklich jetzt schon seit 13, 14 Jahren so mache. Ja, Mann. Und es auch einfach eine Million Rückschläge gab und es auch einfach ganz viele Leute gab, die auch das so gefühlt haben wie du vielleicht, die dann meinten so, ey, der ist zwar irgendwie lange da, der ist irgendwie krass, aber irgendwie platzt dieser Knoten nicht und irgendwas fehlt dem. Oder auch wenn ich, ich hatte ja auch schon auch wirklich oft so Gespräche mit irgendwelchen Major-Labels und so und die waren immer so, ja, voll krass talentiert, aber irgendwas fehlt, du bist irgendwie so, wir brauchen irgendwie so einen Character und wir brauchen so irgendwie eine Message, eine Blah und diese ganze Scheißelaberei, was die dann immer alle labern. Und ich war immer so, ey, ich will einfach nur Musik machen. Mir ist Image komplett scheißegal, ich brauche keinen Image, ich habe auch gar keinen Image. Also mein Image ist, glaube ich, einfach, dass ich ein krasser Musiker bin, um ehrlich zu sein. Und ja, natürlich ist das jetzt eine geile Genugtuung gegenüber halt auch irgendwie verschiedenen Personen, die daran irgendwie nicht geglaubt haben und vor allem natürlich auch eine Genugtuung für Menschen, die nicht nur daran nicht geglaubt haben, wie jetzt du, du hättest mir das ja aber gegönnt, gehe ich jetzt mal davon aus, so wie ich dich kenne und wie lange wir uns kennen, würde ich jetzt nicht sagen, ey, der schafft das eh nicht, man, scheiß auf den oder so, du bist einfach so, ey, boah, weiß nicht, glaube ich irgendwie nicht so richtig dran. Aber es gibt ja auch Leute, die so, ja, nee, Mann, der wird es niemals schaffen, so. Der ist einfach, und ich gönne dem das auch nicht so mäßig. Und da habe ich natürlich jetzt die Genugtuung, wo ich denke, ja, Leute, jetzt guckt euch das nochmal an. Die geile Besonderheit an dir ist ja vor allen Dingen, also wir reden jetzt hier darüber, über zehn Jahre Karriere, 13, 14 Jahre lang raps du schon. Das Geile ist, du hast angefangen mit 13, also wenn wir über 13, 14 Jahre lang raps du und machst Karriere, tatsächlich muss man auch sagen, oder spielst du eine Rolle im Deutschrap-Game, dann reden wir wirklich schon seit du 15 bis 16 bist. Du hast, glaube ich, 2011 war das, diesen Newcomer-Contest bei Hip-Hop-Day gewonnen, da warst du 16, wo teilweise Sido, Savas, ich glaube, Azad, all diese Leute auch zu den Juroren gehört haben. Und seitdem warst du einfach so viel unterwegs auch, mit den Freunden von Niemann-Jungs, mit Savas, viel auf Tour gewesen. Jetzt bist du hier mit 27, glaube ich, ne? Nächste Woche 28. Nächste Woche 28. Also, nee, diese Woche schon. Ach krass, endlich zum Album. Genau, einen Tag vorher werde ich 28. Crazy, Alter. Also 28 ist ja kein Alter und trotzdem hast du schon diese krasse Reise hinter dir. Wie fühlt sich das an, wenn du dir das selber so vor Augen führst? Naja, was so für mich, also was ich halt so krass merke, ist, dass ich einfach so, ich kann jetzt sehr gut mit diesem ganzen Hype umgehen. Also ich merke einfach, okay, ich bin ja irgendwie wie so ein alter Mann schon in diesem Business. Ich bin jetzt wirklich kein Newcomer oder so. Auch wenn es viele Leute jetzt, also ich war, glaube ich, letztes Jahr zum zehnten Mal in meiner Karriere jetzt der Newcomer. Genau, der Newcomer des Jahres. Das merke ich halt krass so, wie ich jetzt einfach so reifer geworden bin, wie mich nichts mehr wirklich so aus der Bahn bringen kann. Und das ist eigentlich das Hauptding, was ich jetzt so merke, wenn ich jetzt irgendwie mit 28 so zurückblicke und denke, okay, wie wäre ich früher mit diesem Hype umgegangen oder wie bin ich früher mit Hypes umgegangen? Ich konnte damit überhaupt gar nicht umgehen. Und jetzt bin ich so, so eine Mischung aus, ey, krass, dass das alles passiert. Und eine andere Hälfte mir sagt so, Bro, das musste jetzt aber auch langsam irgendwann passieren. Ja, als wäre der Erfolg einfach auch gereift so über die Jahre und dann ist er jetzt irgendwie reif zum Pflücken so. Gab es Momente für dich selber? Also klar, glaubt man natürlich an die Mucke, die man macht, aber gab es Momente? Und wie bist du mit denen umgegangen, wo du vielleicht selber auch anfingst zu zweifeln, dass es irgendwann klappt? Ja, die gab es auf jeden Fall. Also ich habe schon in ein paar Interviews auch gesagt, dass ich immer 100% an mich geglaubt habe und mir ist dann danach aufgefallen, das stimmt irgendwie gar nicht. Also was ich schon sagen kann ist, ich glaube, ich habe immer schon gewusst, dass ich irgendwas Besonderes in mir habe. Also das habe ich auch schon mit 13 und 14 und 15 gewusst. Also irgendwas in meinem Schreiben, in meiner Stimme, in meiner Art, wie ich Musik sehe und höre, ist irgendwas Besonderes. Und ich konnte das aber nie wirklich so zu irgendwas Großem bauen oder irgendwas Krasses daraus machen, weil ich mir selber zu krass in meinem Weg stand. Weil ich auch, wie du eben gesagt hast, viel zu früh schon diesen Hype hatte. Also wie gesagt, mit 15, 16 hat das ja einfach schon bei mir angefangen. Da war ich einfach noch so ein Teenager. So in meiner absoluten Selbstfindungsphase, die, glaube ich, ja irgendwie nie richtig abgeschlossen ist im Leben gefühlt. Aber da schon mal gar nicht so. Und ja, das ist halt, also es gab auf jeden Fall Zeiten, wo ich so, vor allem in dieser Zeit dann, wo es einfach sehr schwierig war, wo ich gemerkt habe, okay, Alter, mein Leben ist hier irgendwie gerade nicht so geil, also auch jetzt privat. Und das hat sich auch in die Musik wieder gespiegelt, sodass ich gemerkt habe, okay, egal, was ich gerade hier versuche zu schreiben, es fühlt sich an, als wäre es scheiße. Und ich brauche es gar nicht machen, aber der Trick darin ist einfach, immer weiterzumachen. Also du bleibst ja nur stehen, wenn du nicht weitergehst. Das ist die ganz einfache Regel. Und solange du weitergehst, wirst du auch neue Ziele, neue Wege, neue Sachen entdecken. Und das ist einfach der Schlüssel für alles. Man muss einfach immer weitermachen, egal, wie schwer das ist. Und ich glaube, wie du das so schön eben auch anmoderiert hast, bin ich wahrscheinlich der lebende Beweis dafür. Safe, übertrieben. Es ist witzig, dass wir immer darüber reden, du auch gerade gesagt hast, ey, mit 15, 16 der erste Hype und man ist eigentlich noch mittendrin als Teenager, vielleicht in der Pubertät. Ich weiß noch, es gab ein Interview, wo du mit Toxic im Backstage saß, mit 17. Gott, das habe ich letztes gesehen. Ja, das ist krass. Da sagst du noch, ja, meine Stimme und so. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch noch im Stimmbruch gerade. Vielleicht ändert sich das. Ist ja halt tatsächlich auch so. Nur bei dir ist, finde ich, mittlerweile sieht man das häufiger, dass 16, 17-jährige Artists jetzt Musik machen. Aber da schwingt immer so eine krasse Leichtigkeit, fast schon so eine Sinnlehre, sag ich mal, bei, wenn so junge Artists Musik machen. Weil von was willst du auch wirklich großartig erzählen? Bei dir war schon von Anfang an so krasse Melancholie drin. Weißt du, woher glaubst du, kommt das, dass bei dir schon immer so viel Sinn drin war und es so bedeutungsschwanger war schon von, also seit du 14 warst? Das ist einfach, weil Musik nur das für mich ist. Also es gibt gar keinen anderen Grund für mich, Musik zu machen oder zu hören, als das irgendwie mit meinen Emotionen zu verbinden. Und ich habe auch noch nie Musik gehört oder gemacht, die jetzt so besonders happy war. Also ich höre Musik eigentlich nie, wenn ich gut Klauen habe. Ich höre es immer nur, um was zu fühlen und um meine Emotionen so irgendwie zu kompensieren oder was auch immer. Und das war für immer, das war halt dann am Anfang auch immer für mich der Weg. So, wenn ich traurig war, wenn ich, und das war auch gerade so, irgendwie in der Zeit haben sich dann gerade meine Eltern getrennt und so. Das war dann einfach so das Ventil für mich. Ich war das erste Mal verliebt und das erste Mal dann heartbroken und so zu der Zeit mit 13, 14 und so. Und das konnte ich in meiner Musik dann erzählen, weil ich irgendwie auch ein Mensch bin, der das, glaube ich, so persönlich eher nicht so kann. Oder ich versuche immer den Menschen das Gefühl zu geben, hey, bei mir ist alles cool, macht euch keine Sorgen um mich. Auch wenn das vielleicht oft gar nicht der Fall ist. Aber in der Musik konnte ich das halt immer machen so. Und deswegen war das für mich immer von Anfang an einfach ein Weg, irgendwie über meine Sachen zu reden, das ernst zu nehmen, weil für mich einfach Musik nur das ist. Also für mich geht es in der Musik um eigentlich gar nichts anderes. Krass, das ist irgendwie interessant, weil das fällt mir jetzt gerade erst auf, weil ich mir gerade so Savas und auch Freunde von niemandem, besonders Vega so aufgeschrieben habe, als so super, super frühe Wegbegleiter von dir. Das ist vielleicht bei denen auch ähnlich. Also ich glaube, bei Vega gibt es auch jetzt nicht so den krassen Party-Happy-Song. Vega war ja unser aller König. Also Vega hat mir quasi nochmal so den Ritterschlag gegeben und mich bestärkt in dem, was ich tue, dass das richtig ist. Weil also der war ja auch wirklich so einer der Ersten, die irgendwie, oder den ich wahrgenommen habe, so in Deutschrap, der das halt so macht, wie du gerade sagst, so mit diesen Emotionen und mit diesem auch nicht zeigen, dass man jetzt der krasse Mann ist, sondern dass man auch sagt, ey, okay, das ist ein Döner zu kaufen und von allen Jungs als Letzter zu essen. Und das war für uns so, das war so, oh Alter, krank. Oh mein Gott, der sagt es einfach, das ist so krass, der sagt das, was wir leben. Und der sagt nicht, ich habe die krasste Goldkette um und ich habe hier da das krasste Auto und da, das habe ich nie gecheckt, das habe ich nie gefühlt. Also das war für mich immer so, okay, ja, mir scheißegal. Wird das anders gerade, wenn jetzt wo der Erfolg kommt? Ja, das habe ich auch letztens gemerkt. Also jetzt ist das anders, weil, aber nicht aus dem Grund, dass ich so zeigen will, so okay, hier, ich habe jetzt das krasse Auto, weil ich der Geilste bin, sondern ich will zeigen, so guck mal, das habe ich mir einfach erarbeitet. Und mit wirklich einem, mit wirklich Blutschweiß, Tränen und allem, was dazugehört. Das kam nicht easy. Genau. Und deswegen, also ich fühle mich immer noch manchmal ein bisschen komisch, wenn ich, also es gibt so ab und zu mal ein paar Zeilen, wo das dann irgendwie mal rauskommt oder so oder ein paar Insta-Stories, kein Plan, aber ich fühle mich immer noch nicht so richtig geil damit. Aber ich mache das manchmal, weil ich dann einfach so, keine Ahnung, wenn ich morgens in meine Tiefgarage gehe und ich sehe mein Auto da stehen, denke ich mir so, krass, Alter, dass ich so ein Auto habe. Geil einfach, dass ich mir das selber so erarbeitet habe. Ja. Ganz viele Jahre und deswegen guck dir das ruhig auch jeden Morgen an, Alter, und freu dich darüber und sei stolz auf dich so. Ja, safe. Wie sehr würdest du sagen, hat dich diese, die Live-Experience so geprägt? Weil das ist, glaube ich, auch ein großer Teil deiner über zehnjährigen Karriere gewesen, dass du immer wieder mit Leuten auf Bühnen warst und vor allen Dingen dieses auch, sich immer wieder die Crowd erkämpfen. Was würdest du sagen, das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied zu den 16-Jährigen, die jetzt gerade berühmt werden, gerade natürlich in Corona. Das liegt jetzt nicht in deren Hand, dass die kaum Auftritte machen können. Aber ich glaube, grundsätzlich besteht da auch ein großer Unterschied zwischen dir als jemand, der traditioneller MC auch ist und live sich auch immer beweisen wollte und bewiesen hat und vielleicht einer neueren Generation von Rap-Artists, oder? Auf jeden Fall. Also, wie du eben auch gesagt hast, dass jetzt so jüngere 15-, 16-, 17-Jährige, da kommen ja jeden Tag zehn neue auf den Markt, also auf die Bildfläche. Und da denke ich auch oft so zurück und denke mir so, früher war das undenkbar. Da gab es mich, Sierra Kid und ein paar Jahre vorher gab es noch FR. Und wir waren die einzigen drei, also die ich jetzt kenne, die irgendwie zu dieser Zeit, oder jetzt zum Beispiel Pajel oder Pajel heißt der, glaube ich. Pajel, ja. Der ist ja auch 16-, 17-Jährige, glaube ich. Der ist sehr jung, ja. Der ist extrem jung, guck mal, der ist jetzt auch Gold gegangen und das ist unfassbar, mega geil. Und sowas gibt es jetzt halt irgendwie häufiger, ohne natürlich, um das zu schmälern, auf gar keinen Fall. Aber früher war es, ich weiß zum Beispiel noch, was für ein Struggle das war, überhaupt das erste Mikrofon oder so zu kriegen. Also es war wirklich so, okay, wir haben irgendwo gehört, irgendein Typ auf unserer Schule hat irgend so ein Mikrofon. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, in Thoman oder so. Und der verkauft das für, ich glaube, 180 Euro, irgendwie sowas. Und wir waren so, fuck, Alter, das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, um an so ein scheiß Mikrofon zu kommen. Wo sollen wir es sonst herkriegen? Also klar, man kann das irgendwo im Internet bestellen und so, aber irgendwie so waren wir alle, nur nicht auf dem Film. Und ja, dann haben wir irgendwie versucht, Geld aufzutreiben, so mit drei, vier Jungs, haben irgendwie versucht, dieses Mikrofon von dem Typ zu kaufen. Und da hatten wir immerhin jetzt schon mal dieses Mikrofon. Da konnten wir zweimal noch nicht so viel anfangen, aber wir hatten immerhin schon mal so unser erstes Mikrofon. Und ja, das ist halt heutzutage einfach komplett anders. Heutzutage kann jeder, du brauchst ja ein Mikrofon, du kannst es mit deinem iPhone aufnehmen und baust dir das da zu Hause, dein Setup zusammen. Genau, aber um auf diese Live-MC-Sachen zurückzukommen, ja, das ist natürlich, ja, das ist auf jeden Fall ein großer Teil meiner so Laufbahn. Also ich war sehr viel mit Savas unterwegs, ich war mit C7Z auf Tour, ich war mit Lars auf Tour, ich weiß gar nicht, mit wem noch alles. Ich war auf verschiedenen Festivals und habe wirklich sehr, sehr, sehr viel Live-Erfahrung, aber immer nur als Vor-Act und Support-Act. Das ist jetzt zum Beispiel ein Riesenunterschied, wenn ich jetzt am Album-Release-Tag, ich spiele vor über 2000 Leuten, das ist mein erstes eigenes Konzert. Die sind alle wegen mir da. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Kumpel geredet, den ich seit über 20 Jahren kenne, also einer meiner besten Freunde. Und der sagt so, ey, dir ist schon klar, die kommen alle wegen dir, Alter. Weil der ist natürlich die ganzen Jahre auch immer mit gewesen, der war so, okay, cool, wir sind jetzt mit Savas, wir sind mit dem, wir sind da, so, aber wir sind halt immer nur diese 15, 20 Minuten am Anfang, so, und die Leute sind eigentlich wegen Savas da oder wegen irgendjemand anders, so. Und ich muss mich jeden Abend neu beweisen und versuchen, irgendwie fünf Leute zu überzeugen oder 50 Leute oder wie auch immer. Und das habe ich jahrelang einfach gemacht, so. Und das ist natürlich auch nicht easy, so. Das muss man halt irgendwie mitnehmen. Das war eine krasse Erfahrung, das hilft mir natürlich jetzt auch. Aber, ja, ich freue mich natürlich auch jetzt schon krass auf das Konzert, wo ich weiß, okay, krass, Alter, das ist jetzt, das ist, worauf ich seit zehn Jahren so hinarbeite. Das ist jetzt der Tag, so, die kommen alle nur wegen mir. Ja. Das ist einfach unglaublich. Ich glaube, das ist, das wollte ich auch später nochmal irgendwo sagen, aber ich glaube, das ist auch so eine krasse, tatsächlich mentale Probe so, durch die vielleicht nicht jeder schafft zu gehen, weil wenn du immer wieder voreckt bist, so wie du gerade sagst, die Leute müssen sich das mal vorstellen, da stehen wahrscheinlich erst mal zehn Leute, dann wird es immer mehr, dann sind Leute am Trinkstand, hören gar nicht richtig zu, labern miteinander. Das ist als Künstler, der auf der Bühne steht, natürlich super schwierig, das auch mental zu verarbeiten und immer wieder dagegen zu kämpfen und so. Das ist wahrscheinlich eine unfassbare Probe, die einen auch künstlerisch krass reifen lässt. Also ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich in meinem Leben schon vor zehn oder sieben Leuten oder so auftreten bin. Wirklich, Alter. Und sogar auf meiner letzten Breakups und Butterflies Tour 2019, wo es ja langsam wieder losging bei mir so ein bisschen, die Kokon EP kam raus, ich hatte auf jeden Fall irgendwie auch wieder so ein bisschen Hype und so, es war alles ganz gut. Selbst da war ich in Hamburg oder so vor 40 Leuten oder so, 50 Leuten. Oder es war auch noch am Dienstag, aber trotzdem, wir reden hier von 40, 50 Leuten in gesamt Hamburg, die dann auf so ein Konzert von mir kommen. In Frankfurt waren es dann irgendwie 200, da war für mich so, boah, heftig, krass. In Bielefeld waren es dann irgendwie so 500, aber in anderen Städten waren es dann 80, 70, 60, 50 und das war halt, das ist jetzt halt ganz anders so. Das hat sich halt voll geändert. Und jetzt ist es zum ersten Mal so, ja Mann, Alter, das ist einfach, da hast du so lange drauf hingearbeitet. Und jetzt, jetzt ist es einfach so weit. Das ist krass, Mann. Das ist wirklich krass. Lass doch mal vielleicht über den Song reden, der so alles irgendwie als Katalysator losgetreten hat, der Auf- und Ab-Song. Du warst jetzt, also wir haben jetzt darüber gesprochen, wie viel, wie lange und wie häufig du im Studio warst, die letzten Jahre natürlich auch überwiegend für andere Artists geschrieben hast und sehr erfolgreiche Songs auch geschrieben hast. Würdest du sagen, man merkt mittlerweile oder du hast ein bisschen das Gefühl zu merken, okay, was könnte ein krasser Hit werden und was vielleicht eher nicht? Also hattest du irgendein bestimmtes Gefühl bei Auf und Ab, als der entstanden ist? Also diese Frage wird mir natürlich jetzt oft gestellt und ich sage da immer, ich glaube, schon, dass ich irgendwie ein gutes Gefühl für so Hits habe. Das macht ja irgendwie so ein bisschen auch diese Magic in mir aus, dass ich irgendwie so ein Gefühl dafür habe, auch als Songwriter. Aber wenn wir immer wüssten, wo dieses Gold vergraben liegt, dann würden wir das ja jeden Tag ausbuddeln. Ich habe letztens mit hier Vincent Stein, Visa, darüber geredet. Er meinte so, ey, das ist ja auch genau diese, das ist ja das Besondere an unserem Beruf, dass du quasi, oder dass wir es schon so oft gefunden haben, dieses Gold oder wir wissen ungefähr, wo es liegt so, aber wo es genau ist, das müssen wir jeden Tag, aufs neue Graben, auch wenn wir es schon so oft gefunden haben. Also jetzt als Songwriter, also ich als Künstler jetzt noch nicht so oft, aber als Songwriter habe ich es vielleicht schon öfter gefunden. Und das ist aber auch genau die Magic und das Besondere an unserem Beruf, dass wir jeden Tag ins Studio gehen und überhaupt nicht wissen, was passiert. Aber um auf deine Frage zurückzukommen bei Auf und Ab, hatte ich schon das Gefühl, dass der sehr besonders ist. Also vor allem, weil ich, wir haben den ja in L.A. gemacht, wir waren in so einem Ghetto Airbnb in East Hollywood und so einem mexikanischen Kartell gefühlt. Mit wem warst du da? Mit Tag 32, A-Side, Jumper, Vito. Ich glaube, ja, da kamen noch verschiedene Leute immer hier und da immer dazu, aber ich glaube, das war so der Kern. Ich hoffe, ihr habt sich keinen vergessen. Und ich lag so auf dem Bett. A-Side und ich haben uns da so ein Bett geteilt, so eins, die du so schieben kannst, die dich so in deinen Rücken drücken, die so richtig betten. Und ich wollte gar keine Session machen. A-Side hat irgendwo auf Splice ein bisschen rumgeklimpert, da ein bisschen Samples gesucht. Ich lag auf dem Bett, hab ein bisschen so auf Instagram rumgegrindet oder so und dann hat er auf einmal dieses Sample angemacht und dann bin ich so hellgerisch geworden und dachte mir so... Diese Gitarre? Ja, genau. Hat er irgendwie da gefunden und ich war so, boah, krass, Alter. Und dann habe ich irgendwo gerade irgendwas gelesen oder so und dann hatte ich direkt diese Hook im Kopf. Also ich habe sie direkt da, ich habe sie nicht geschrieben oder so, sie war direkt da. Und dann habe ich so A-Side gesagt, ich meinte, ey Bro, ich glaube, ich habe eine Idee, lass mal ganz kurz was testen, lass mal was aufnehmen. Und dann hatten wir schon das Mikrofon in diesem Kleiderschrank aufgebaut, neben uns, so zuziehen musstest, dann haben wir mit Decke über den Kopf so mäßig, viele Songwriter und Produzenten und Künstler wissen jetzt, was ich meine, die kennen das. Dann habe ich das so, ruf mich nicht an, wenn du wach bist und sag mir, die letzte Nacht war. Und dann habe ich so dieses so, ich habe das sogar fast gefreestyled, um echt zu sein. Also das war wirklich so einfach da auf einmal. Und das sind übrigens immer die geilsten Sachen, die so aus der Intuition, aus dem Bauch einfach rauskommen, ohne viel nachzudenken. Dann habe ich es wieder so, bin ich rausgekommen, meinte mir so, ist irgendwie krass, oder? Er so, ja, ist irgendwie krass. Ja, okay, lass mal ein bisschen zum Strand gehen. Echt? Ach, ihr habt den liegen lassen erstmal? Genau, wir haben den erstmal liegen lassen. Ich habe noch die Topline vom Part. Das habe ich noch aufgenommen, das habe ich dann auch so reingefreestyled, diese Melodien, aber noch keinen Text aufgeschrieben. Und dann sind wir zum Strand gegangen, ich habe das rausgebaut, sie haben das dann auch so auf dem Weg zum Strand ein paar Mal gehört und waren so, irgendwie ist das echt, irgendwie ist das heftig so. Und dann habe ich am Strand diese berühmte, also meine Follower, bei meinen Followern berühmte Kalifornien-Strand-Story gemacht, weil da habe ich ihn dann, da habe ich ihn angeteasert. Da war ich am Strand, Sonnenuntergang und so und ich dachte, komm, ich zeige es mal den Leuten, was die so davon halten. Ja. Habe ich das so gepostet und dann ist mein Handy explodiert. Wirklich, sowas habe ich noch nie, also ich habe noch nie eine Resonanz auf irgendwas so krank bekommen, bei gar nichts. Das war wirklich nicht mehr normal und da hatte ich noch, keine Ahnung, lass es 10.000 Follower so gewesen sein. Krass. Und gefühlt so jeder von diesen 10.000 Followern hat mir so geschrieben und ich war so, hä, was geht hier denn ab, Alter? Okay, der Song muss echt krank sein. Ja. Und dann sind wir nach Deutschland zurückgeflogen, der lag rum die ganze Zeit, also der lag ja locker anderthalb Jahre rum, bis er rauskam. Wow. Wir haben dann irgendwann den Part geschrieben, dann lag ganz lange der zweite Part immer noch frei rum, dann haben wir irgendwann den zweiten Part geschrieben und wir haben es auch immer versucht, neu aufzunehmen und es ist aber nie wieder diese Magic gekommen. Also wir waren noch, wir waren. Der Hook, meinst du? Genau, wir waren in wirklich große, wir waren bei Desu und wir haben immer diese, diese aus dem Kleiderschrank, den Take, der ist es geworden. Der ist es jetzt. Der Song ist, ja. Wow. Und A-Side und ich haben da immer gekämpft, weil A-Side meinte immer, nein, das können wir nicht machen, das klingt so scheiße. Der ist ja dann quasi auch so Ingenieur und sagt so, nein, Bro, das geht nicht. Und ich bin so, nein, Bro, genau das ist der Magic Take. Ich schwöre dir, genau den müssen wir nehmen, es geht nicht anders. Es darf auch nicht zu glatt und so. Und ich glaube, wir haben den sogar dann noch 2 BPM schneller am Ende gemacht, den Song, sogar, dass das so ein bisschen schrebbelt und so. Er sagt so, Bro, das geht nicht. Ey, das ist wirklich, es gibt keine Möglichkeit, dass wir den so rausbringen. Das geht einfach nicht. Und ich war immer so, Bro, das musst du sein. Krass. Gibt keine, also wirklich, wir müssen das so machen. Das geht nicht anders. Das ist der Magic Take, glaub mir. Ja. Und ja, so ist es dann halt auch gewesen, so. Krass, Mann. Jetzt habe ich gerade ein bisschen vergessen. Wart ihr, als ihr in L.A. wart, als Gruppe, wart ihr da speziell für dein Projekt? Oder war das? Nee, gar nicht. Das war, wir waren da für Takt-Projekt. Also Takt, Jumper und A-Side, wollten nach L.A. Und für Takt-Album, um das fertig zu machen. Und ich war so, ich habe jetzt nicht so viel vor im Februar. Jungs, kann ich mitkommen? Ja, klar, komm mit. Ja. Okay, aber ich will da echt nicht viel Musik machen. Ich will wirklich chillen. Ich will einfach wirklich nur ein bisschen chillen, Urlaub machen, einfach mal keine Musik machen, weil ich so krank viel Songwriting 2019 hatte und so. Ich war so, boah, ich will jetzt einfach mal nur chillen. Krass, Mann. Und das ist auch, neben Universum, ist das der einzige Song, glaube ich, der da entstanden ist von mir. Sonst haben wir nur, oder was heißt, die haben nur Takt-Songs gemacht. Mhm. Und ja, es ist die übelst kranke Story, Mann. Wenn man gerade aus so einer Phase kommt, weil du sagst, 2019, dann habe ich so viel Songwriting gemacht. Man ist ja auch wahrscheinlich ein bisschen so vom Kopf her dann im Modus für einen anderen Künstler. Dann ist immer so ein bisschen vielleicht ein kleiner Prozess, dann wieder zurück zur eigenen Kunst zu kommen. Wenn du aus so einer Phase kommst und dann auch noch nach L.A. fliegst und sagst, ich will da eigentlich nur chillen, dann passiert so ein Song. Wusstest du auf Anhieb, das ist deiner? Oder spielt man da mit dem Gedanken, okay, den könnte ich vielleicht bei jemandem platzieren? Nee, das wusste ich direkt, dass es ein meiner ist. Auf jeden Fall. Also so für andere schreibe ich ganz selten zu Hause irgendwas vor oder so. Also wirklich jetzt nur, wenn es so, keine Ahnung, Helene Fischer ist oder so, wo die sagen, ey, hier, wir hätten gern so und so einen Song oder so und so irgendwie. Dann mache ich das da schon. Oder auch bei anderen Künstlern, aber es ist sehr, sehr, sehr selten. Sonst sind Songwriting-Sessions eigentlich zu 95 Prozent immer mit dem Künstler. Verstehe. Und da habe ich schon direkt gespürt, dass der für mich ist so. Also genau. Und ich wollte sogar diese Sexzeile rausnehmen. Also ich hatte so monatelang, war für mich ganz safe, dass ich die rausnehme. Weil ich war so, nee, das macht es irgendwie so, dann kommt Radio wieder und sagt, nee, machen wir nicht und bla. Und dann ist wieder so, nee, das ist dann zu hart. Und ich will ja auch nicht das, keine Ahnung, wenn Kinder das hören und so. Also es hören ja auch irgendwie Kinder so Rap mittlerweile irgendwie. Da warte ich auch oft drauf, ob man das glaubt oder nicht so. Und ich war wirklich so locker. So zwei, drei Monate war für mich ganz klar, dass ich diese Sexzeile rausnehme. Sex zu laut für Nachbarn, ja. Genau, Sex zu laut für Nachbarn. Und dann hat meine Managerin zu mir gesagt so, nein, die muss drinbleiben. Ich glaube, das ist, was die so, was jetzt in den Leuten so triggert. Und dann war ich auch so, ja, irgendwie habe ich sie auch geschrieben, weil es mir so gefallen hat. Vielleicht scheißen wir einfach drauf und lassen es einfach drin. Aber ich hatte da sehr Respekt vor, auf dieser Sex in der Hookzeile. Ah, interessant. Und dann haben wir es doch drin gelassen. Und ja, Gott sei Dank ist alles so gelaufen, wie es gelaufen ist auf jeden Fall. Ja, crazy. Echt krasse Reise gewesen auf jeden Fall. Heftig. Ey, dein letztes Album-Album, so macht die Sonne das auch. Das kam ja 2017, da haben wir damals noch gesprochen in Dortmund zum Interview für die Platte. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber ich glaube, auf dem letzten Song auf der Platte, quasi das letzte, was du da sagst, sagst du auf dem Song, so macht die Sonne das auch. Da rappst du einfach auf und ab, so macht die Sonne das auch. Krass, stimmt, ja. Einfach auf und ab, so macht die Sonne das auch. Das war so ein bisschen eine Prophezeiung, Alter, fünf Jahre vorher. Stimmt, echt. Das, was passieren wird später. Ja. Das ist echt crazy. Wir haben jetzt sehr oft das Thema Writing angesprochen. Ich glaube, das sieht man auch so ein bisschen an deiner Diskographie. Wie ich gerade gesagt habe, die letzte Platte, Platte kam so 2017, jetzt haben wir 2022. Irgendwie ist schon klar, was du so in der Zwischenzeit am meisten so gemacht hast. Erzähl mal ein bisschen, wie vielleicht vom Kopf her, wie das kam, dass du gesagt hast, okay, ich stürze mich da rein. Was du da für eine Motivation für hattest und was das für dich künstlerisch gemacht hat, einfach mal auch eine sehr lange Zeit einfach für andere zu schreiben. Ne, also Songs für andere schreiben wollte ich immer schon. Also ich wollte wirklich immer schon Songwriter sein. Das war wirklich ein Riesentraum von mir so. Krass. Fast gleich groß wie der Traum als eigener Musiker auch berühmt und erfolgreich zu sein. Und ich wollte, also weil ich habe das in mir gespürt, dass ich ein guter Songwriter bin. Auch in diesen Phasen, wo ich irgendwo auch sehr gestruggelt habe, wo ich Firma und Eweck gemacht habe und das jahrelang gebraucht habe, wo ich auch viel Schreiblockern hatte, Depris und Panikattacken, diese ganze Scheiße. Sogar da habe ich immer gesagt, ey Leute, auch wenn ich gerade nicht bei meinem eigenen Zeug struggle und so, glaubt mir, ich bin ein krasser Songwriter. Glaubt mir das. Ich spüre das in mir und ich kann das. Und ich habe wirklich jahrelang gebettelt gefühlt bei Leuten, bei Verlagen. So ey, gib mir eine Chance. Wirklich. Ich schwöre euch, ich kann das gut. Ich bin ein krasser Songwriter. Egal, ob es ist, ich weiß, Montez Karriere läuft, so lala und so. Aber glaubt mir, ich bin ein krasser Songwriter. Und ich habe einfach aber nie eine Chance bekommen. Und dann habe ich irgendwann, das muss, glaube ich, dann so Anfang 2019 oder so gewesen sein, haben mich Drilon und Katja kontaktiert. Ah, krass. Und die haben mir, das war dann mein erster Songwriting-Auftrag. Ah, wow, okay. Genau. Und dann habe ich das Team zusammengestellt. Dann haben wir mit Tuck noch reingeholt. Dann haben wir die Ironics reingeholt. Ich habe mit Desjo wegen Studio-Quatsch. Also ich habe richtig so diesen Auftrag bekommen. Ja, krass. Wir machen jetzt das Katja-Album zusammen so. Und dann haben wir das zusammen mit Katja und Drilon und so gemacht. Und das war mein erster Auftrag. Und dann war das natürlich, ist auf eins gegangen, hat sich echt gut verkauft und so weiter. Und dann kam das wirklich Schlag auf Schlag. Dann kam der Verlag und der Verlag und der Verlag. Und dann, also dann ein halbes Jahr später habe ich gefühlt mit fast allen großen Leuten in Deutschland gefühlt gearbeitet, so jetzt im übertragenen Sinne. Also das ging ja wirklich zack, zack, zack wie so ein Laubfeuer. Und, aber ja, ich wollte das immer schon machen. Also das jetzt für mich auch so, ich meine, ich war letztes Jahr als Songwriter, keine Ahnung, 13, 14 mal auf Platz 1 oder so. Mehrfach Gold, Platin. Ich bin, also wir haben ja jetzt den GEMA Autorenpreis für Ohne Dich gewonnen. Das war ja auch Kopf an Kopf mit meinem eigenen Song. Also es ist ja wirklich... Ach echt? Ja, klar. Das heißt, ich habe irgendwie so die beiden erfolgreichsten Songs letzten Jahres geschrieben oder mitgeschrieben. Also es war auch für mich als Songwriter letztes Jahr ein unendlich krass erfolgreichstes Jahr einfach. Und das ist einfach, ey, ich kann dir das in Worten gar nicht fassen. So, was mir das bedeutet. Also ich glaube, das ist einfach zu krass. Ich meine, wenn der erste Erfolg da ist, und das Katja-Ding lief ja phänomenal, vor allen Dingen zahlentechnisch, dann ist ja klar, das hat ja so einen Domino-Effekt. Ja, direkt danach kam dann quasi halt Bad Moms J, dann kam das, dann kam dies und dann ist das einfach so. Ja. Hatst du für, als dieser erste Anruf kam, das ist wahrscheinlich intern, fühlt sich das nochmal anders an. Aber jetzt von außen her, vom Naturell, bist du als Montez natürlich relativ weit weg von Katja. Vor allen Dingen von dem, was Katja zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Also ihre Musik hat sich ja auch extrem gewandelt über die letzten zwei, drei Jahre. Hattest du da keine Berührungsängste? Oder was war so dein Gefühl oder dein Gemütszustand zu dem Zeitpunkt, wo du so hörst, okay, du kannst jetzt ein Katja-Krassafizzer-Album schreiben? Naja, Katja hat uns halt gesagt, so ey, ich will jetzt ein Album machen und ich kannte ja ihre Songs, die draußen. Ich kannte sie ja zu der Zeit gar nicht. Mittlerweile sind wir wirklich sehr gut befreundet auch, also ich mag sie unglaublich gerne. Auch Trilon, wir haben eine sehr, sehr enge Beziehung alle. Wir haben jetzt ja auch schon mittlerweile drei Alben gemacht, kennen sie seit wirklich jetzt ein paar Jahren auch. Zu der Zeit kannte ich sie nicht persönlich, Trilon auch gar nicht. Und ich kannte natürlich nur diese so Doggy-Songs und so, aber ich habe direkt, also ich habe relativ schnell gemerkt, dass sie das wirklich so ernst nimmt, also dass sie wirklich jetzt das ernst nimmt, Musik zu machen und dass sie auch gar nicht so auf diesem Film das weitermachen will, sondern dass sie, ja, sie will das wirklich professionell ernst durchziehen und hat auch Sachen zu sagen, also auch diepe Sachen zu sagen und so. Und sie steht ja auch für voll viele Sachen, genauso wie Jordan auch, wie Bad Moms J. So und deswegen hast du natürlich als Songwriter da auch wirklich viel, also es ist ja auch, das muss man auch nochmal sagen, als Songwriter sitzt du ja nicht und schreibst 100% den ganzen Song runter, sondern du bist mit dem Künstler im Studio und du hilfst dabei, du schreibst mit der Künstler die Ideen, du versuchst das umzubauen und so, ne? Also es ist jetzt ja nicht so, dass die da Däumchen drehen und drum chillen, so auf keinen Fall. Also gibt es auch, aber jetzt bei den beiden auf jeden Fall nicht. Und ja, deswegen hat sich das für mich auf jeden Fall cool angefühlt. Und ich bin auf jeden Fall extrem stolz auf sie, dass sie jetzt da drei Alben gemacht hat und auch die Entwicklung und so, ne? Klar, so am Anfang konnte man das natürlich nicht so absehen, wie das jetzt musikalisch auch wird. Aber mittlerweile finde ich es echt wirklich eine krasse Entwicklung, die sie da gemacht hat. Ja, safe. Ähnlich vielleicht so ein bisschen zu dem Thema vorhin, wo wir gesprochen haben darüber, dass man sich ja so diese Crowd erkämpft und als Vor-Act auch sich selber irgendwie als Künstler schleift und reifen muss, wenn man so vor zehn Leuten oder 15 Leuten auftritt. Ich finde, da ist so eine gewisse Ähnlichkeit als Writer, vor allem als Ghostwriter, was jetzt bei euch nicht so der Fall ist, aber auch als Writer, dass man geht ins Studio und man arbeitet an einer Kunst, die super erfolgreich wird am Ende, wofür natürlich hauptsächlich den Applaus und das Lob kriegt dann die Person, die vorne auf der Bühne steht und das performt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch für manch eine Person schwierig ist, für das eigene Selbstwertgefühl und für diese Bestätigung, die man natürlich auch künstlerisch haben möchte irgendwo. Was hat das so mental mit dir gemacht? Ich meine, Ghostwriting ist, glaube ich, noch mal krasser, weil da bist du ja wirklich im Schatten und kriegst gar nichts ab. Also das ist genau der Punkt, dass Ghostwriting natürlich noch mal was anderes ist, weil jeder weiß, dass Takt und ich das machen. Das ist natürlich für uns dann vielleicht leichter, damit umzugehen, weil wir wissen, okay, wir brauchen jetzt diese Schulterklopfer jetzt nicht so krass, weil irgendwie kriegen wir sie ja trotzdem so. Aber grundsätzlich bin ich auch der Meinung, du kannst kein erfolgreicher Songwriter sein, wenn du dein Ego nicht im Griff hast. Weil das ist, nach meiner Erfahrung jetzt, ist das unmöglich. Also ich kenne ganz viele Songwriter, die deswegen scheitern, weil sie das nicht im Griff haben. Also weil die dann wirklich das nicht so runterschlucken können. Also man muss halt auch dazu sagen, am Ende des Tages bist du als Songwriter auch einfach Dienstleister. Natürlich machst du Kunst und du bringst deine eigene Kunst mit rein und so, aber du bist schon halt der Dienstleister, der engagiert wird, um bei dem Song zu helfen für Künstler X. Und das muss man sich ganz krass bewusst machen. Das war für mich auch ein Höllenprozess, das zu verstehen. Weil das war für mich am Anfang auch so, hä? Nein, Leute, wir müssen die Melodie so und so machen. Vertraut mir, das muss so sein. Nein, wir können den Satz und so nicht sagen. Das muss genau so. Und nein, das muss nochmal zweieinhalb Töne runter. Das geht nicht. Und dann, das letzte Wort hat aber der Künstler oder die Künstlerin. Das ist halt einfach so. Und wenn du dann halt so, genau, also wenn du es da dann halt nicht im Griff hast und bist so, ja nee, dann gehe ich jetzt nach Hause oder was auch immer, dann funktioniert es halt einfach nicht. Weil du musst halt einfach verstehen, ey, am Ende des Tages hat der Künstler seine Vision und ja, oder die Künstlerin und das ist einfach, ja, das musst du einfach akzeptieren am Ende so. Du kannst halt zu einem gewissen Punkt so helfen und deine Sachen mit reinbringen. Und du kannst auch kämpfen für deine Ideen. Aber am Ende, wenn die sagen nein, dann ist es halt so. Dann muss der Künstler das halt am Ende verantworten. So, wenn es dann erfolgreich wird, dann cool. Wenn es nicht erfolgreich wird, dann habe ich es dir ja gesagt. Ich glaube so, durch den, also noch eine andere Facette vielleicht von dem ganzen Thema Writing, gerade für weibliche KünstlerInnen, durch den Boom von Deutschrap, weiblichen Deutschrap-Artists in den letzten Jahren, gibt es jetzt sehr oft oder viel häufiger als in der Vergangenheit einfach auch die Situation, dass männliche Writer für weibliche Artists auch arbeiten. Das war jetzt auch, es ist immer wieder irgendwie so ein Punkt, an dem sich Leute stoßen und reiben. Ich glaube, man hat oft auch darüber gesprochen, dass sie sich hineinversetzen in eine Frau und zu schreiben, das ist ein ganz einfaches Thema für sich. Aber was glaubst du, warum gibt es da so ein Ungleichgewicht im Hinblick auf weibliche WriterInnen auch? Also weißt du, ich glaube, da kommt ja das Problem her. Dass es die nicht so präsent gibt, meinst du? Ist das was Strukturelles, Industrielles oder woher kommt das? Ich habe letztens mit irgendjemandem drüber geredet, ich weiß gar nicht mehr mit wem. Es gibt ja wirklich super wenig Frauen, die schreiben. Beziehungsweise, wer weiß, vielleicht sieht man die einfach auch noch nicht. Ja, genau. Weil die gibt es wahrscheinlich super viele, nur man sieht sie irgendwie nicht so. Und das liegt natürlich daran, dass das irgendwie bisher irgendwie so eine sehr auch männerbesetzte Business ist, was sich natürlich ja Gott sei Dank auch gerade so irgendwie sehr ändert. Zum Beispiel mein komplettes Team besteht fast nur aus Frauen, also meine Managerin, meine Songwriting-Managerin, wenn man so möchte. Ich bin komplett immer nur von Frauen umgeben und bin auch extrem glücklich darüber, weil die das wirklich extrem gut machen und dass ich da niemanden von ersetzen könnte und will. Aber ja, das wird natürlich jetzt immer mehr, was auch super gut ist. Und ich hoffe, dass natürlich dann im Songwriting auch mehr Frauen stattfinden werden, die sich vielleicht irgendwie noch nicht so richtig getraut haben. und jetzt sich das einfach holen, was denen zusteht. Und jetzt muss es natürlich ein paar VorreiterInnen geben, die das mal anfangen und so. Und dann wird es hoffentlich natürlich viel mehr werden. Aber vielleicht ist das eine Theorie, warum das jetzt noch nicht so der Fall ist. Aber warum das, also das ist natürlich auch nur eine Theorie, weiß ich natürlich nicht genau. Voll. Ich denke auch, der erste Schritt ist zumindest, dass man auch vor der Kamera und auf der Bühne es erstmal überhaupt mehr Frauen gibt. Also auch das ist ja erstmal ein Novum, gerade im Deutschrap, was die letzten zwei, drei Jahre immer mehr wird. Und dadurch wird dann hoffentlich auch ein bisschen durch die Industrie hindurch so eine wellenartige Bewegung hoffentlich haben, dass da mehr weibliche Vertreter überall auftauchen. Der Name ist einmal gefallen jetzt gerade im Interview schon, Helene Fischer. Das finde ich ist so ein, hat so eine Aura dieser Name irgendwie in der deutschen Industrie und Schlager, Pop-Industrie. Deswegen vielleicht ganz kurz für jemanden, der aus dem Rap kommt und dann später Helene Fischer Songs schreibt. Ist das eine Art Ritterschlag? Also ich meine, das ist ja wirklich Schlager, Pop, Musikindustrie, Champions League, viel höher als Helene Fischer oder höher als Helene Fischer geht in Deutschland eigentlich gar nicht. Erzähl du mal vielleicht, wie ist es für so eine Lichtgestalt der deutschen Musikindustrie zu arbeiten? Du hast es jetzt ja gerade so Ritterschlag genannt. Ich glaube, so hat sich das für mich auch eigentlich angefühlt. Weil als ich jetzt angefangen habe mit Songwriting, da war es immer so, ey, wenn man irgendwie Helene Fischer schreibt, das ist das Größte, was man erreichen kann eigentlich. Und als es dann geklappt hat, da hat mich das natürlich extrem gefreut. Das war auch mein 100. Songwriting-Cut. Also das war dann auch Jubiläum irgendwie. Ja, lustigerweise, ja. War quasi der 100. Song, der irgendwo rausgekommen ist. Und ja, ich glaube, das Krasse, vor allem, weil du jetzt die Brücke zu Rap schlägst und weil ich eigentlich aus dem Rap komme, ist, als Songwriter musst du dich einfach auch krass wie ein Schauspieler an andere Menschen reinversetzen können. Wenn du das nicht kannst, dann kannst du vielleicht verschiedene Genres gut schreiben. Aber wenn du wirklich ganz krass aufgestellt sein willst, dann musst du wirklich wie ein Schauspieler in verschiedene Rollen schlüpfen, in verschiedene Menschen schlüpfen, um das wirklich zu verstehen. Also als ich jetzt zum Beispiel die Helene Fischer Songs geschrieben habe, da habe ich mich komplett mit ihr auseinandergesetzt und war fast in so einer Helene Fischer-Psychose. Also wirklich, ich habe irgendwann gedacht und geredet wie sie. Du warst in der Fischer-Bubble richtig drin. Und ich habe mich halt dann einfach so versucht, irgendwie in sie reinzuversetzen, auch was ihre Sprache und ihr Wording und so halt angeht. Und ja, das muss man halt irgendwie als Songwriter auch können. Aber ja, das war natürlich extrem krass, als das dann auch hieß, okay, ja, der Song wurde auch genommen und so, weil ich glaube, die kriegt, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Songs pro Album oder so. Da musst du ja wirklich zu den besten 1% gehören irgendwie so, die das dann da hinschaffen. Für den Gamer-Check, der schmeckt wahrscheinlich auch anders als alles andere. Da sind auch schon ein paar andere gute Songs bei. Ja, aber das ist witzig. Du meinst, glaube ich, in der Arte-Doku, dass die den Song genommen haben. Also du dachtest, die nehmen gar einen ganz anderen Song. Ja, auf jeden Fall. Ich habe vier, fünf Songs oder so gemacht. Auch immer in Rücksprache mit denen so und hätte nicht gedacht, dass das irgendwie der Song wird. Also als ich den aufgenommen habe in meiner Demo-Version, das klingt auch wie ein Montessong. Also ich dachte mir so, ey, wenn sie den nicht nimmt, dann nehme ich den. Ich schreibe ihn ein bisschen um, aber das klingt richtig geil. Und ich dachte, dass es schon ein bisschen in eine andere Richtung geht. Aber da sind wir wieder am Ende, der Künstler entscheidet. Die Künstlerin entscheidet. Ja, ja, ja. Mega interessant. Ey, um vielleicht so ein bisschen den Bogen zu spannen. Nächste Woche feierst du deinen Release in Bielefeld, in deiner Heimatstadt mit diesem Riesenkonzert. Und apropos Bielefeld, das war für mich vielleicht so ein bisschen, jetzt würde ich gerne wissen, wie es für dich war, so ein bisschen der Knackpunkt vielleicht auch, wo neue Leute auch auf dich aufmerksam geworden sind, war dieser Am-Boden-Bleiben-Song auf dem Vega-Album gemeinsam mit Casper, deswegen Bielefeld. Also für mich erst mal ein unglaublicher Song. Ein krass, krass geschriebener Song, der auch so wirklich unter die Haut geht, was man selten so im Deutschrap in der Art und Weise hört. Aber erzähl mal vielleicht so ein bisschen, hatte der Song für dich auch so eine Bedeutung und was kommt dir in den Kopf, wenn ich den Song so erwähne? Ja, also der Song ist entstanden, als wir das Vega-Album gemacht haben. Das haben wir auch mit ihm geschrieben. Also wir haben ihm dann quasi eigentlich so bei Hooks geholfen und die Parts hat er dann eigentlich immer größtenteils irgendwie selber geschrieben. Aber wir haben halt schon sehr, sehr, sehr viele Sessions gemacht. Wir haben ja zwei Alben, glaube ich, sogar zusammen dann jetzt mit ihm gemacht. Und den Song, die Hook, die haben Takt und ich geschrieben. Ich habe sie aufgenommen und dann waren alle auf einmal so, oh mein Gott, das kann auf keinen Fall irgendwer anderes singen. Das musst safe du machen. Und dann war ich natürlich so, ja klar, gerne, voll natürlich gerne so. Und ja, dann irgendwann hatte irgendwie Casper auch noch Bock auf den Song. Und dann ließ ich immer noch nicht so da draufbleiben. Und dann war ich so, ja, geil. Also da habe ich mich natürlich extrem gefreut. Und der Song ist natürlich auch extrem krass. Und es war auch das erste Mal, dass ich mit Casper gearbeitet habe. Darüber haben wir uns auch irgendwie ein bisschen kennengelernt. Also wir kommen ja beide aus Bielefeld. Wir kennen uns, also wir wissen voneinander natürlich, weil wir sind schon seit zehn Jahren oder so. Aber wir hatten irgendwie nie miteinander zu tun, um ehrlich zu sein. Also erst durch Vega jetzt hat sich das so, dass wir wirklich mehr miteinander zu tun haben. Und ja, aber der Song hat natürlich, war auch super erfolgreich, war zu der Zeit irgendwie auch einer meiner erfolgreichsten Songs. Und verbinde ich auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit mit so, auf jeden Fall. Hammer, Alter. Ey, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich freue mich extrem, wie wir am Anfang, um den Bogen vielleicht zu schlagen, nach so langer Karriere und nach so langer Zeit und so viel Musik und Alben und Blutschweiß, Tränen, wie du es gesagt hast, dass der Knoten so krass geplatzt ist. Viel, viel Glück natürlich und Erfolg mit der Platte. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Danke, Bro. Bis bald. Danke, Bro.